In meinem Leben ist es auch später noch vorgekommen, also ne, so diese Berührungen extra im Club, Berührungen in den Schritt oder auf den Busen oder so. Und dieser Lehrer hat erst recht anscheinend nicht gefragt, der hat sich dieses Recht einfach rausgenommen. Hi, herzlich willkommen zu Bubbles. Wir sind der Ort, wo wir über alles reden, über das du eigentlich mit niemandem reden kannst. Das sage ich hier immer ganz oft, ich meine das auch ganz oft, aber besonders in dem Fall heute. Wir reden nämlich über sexuelle Belästigung und haben einen krassen Fall geschildert bekommen in einer Frage. Und ich glaube, darüber müssen wir ganz direkt mal reden und machen das mit jemandem, die dazu was zu sagen hat. Maria von Auf Klo, hallo. Uns hat jemand geschrieben und folgende Geschichte erzählt. Ich war nach dem Sportunterricht auf dem Klo. Als ich am Waschbecken stand, kam ein Sportlehrer und hat mich bedrängt und am Po angefasst. Ich war wie erstarrt und konnte mich nicht bewegen und nichts sagen. Als ich das meiner Kunstlehrerin erzählt habe, meinte sie nur, ich solle nicht so einen Unsinn erzählen. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll und habe Angst, dass das nochmal passiert. Wie heftig, dass du dich getraut hast, dich der Kunstlehrerin dann auch noch anzuvertrauen. Wie heftig und wie super stark, dass du in Worte fassen kannst, dass das belästigend war und dass du dich traust, jemandem zu erzählen. Und wie kacke, dass die Lehrerin auch diese Autorität dann nochmal ausstrahlt und sagt, so übertreib mal nicht so. Was ja ein ganz klassischer Fall ist, also es passiert ja super häufig, dass wenn sich dann Menschen endlich offenbaren und die ihre Geschichte erzählen und sich überwunden haben und sich jemandem anvertrauen, von dem sie sich ja eigentlich erhoffen, Verständnis zu bekommen und sowas, dass dann kommt, was erzählst du denn für einen Quatsch? Was bildest du dir denn ein? Bist du bescheuert? Und dann dir quasi auch wirklich Schuld eingeredet wird, das kannst du doch nicht machen. Da steht ja seine ganze Karriere auf der Kippe und so. Genau das. Dabei ist es genau der richtige Weg eigentlich gewesen. Das ist so gut, das ist so wichtig, das erstmal in Worte fassen zu können, sich dann noch jemandem anzuvertrauen. Der Weg muss aber da dann noch nicht vorbei sein. Es ist zwar total scheiße, dass die eine Person das nicht geglaubt hat, weil sie es gar nicht glauben will. Ganz ehrlich, safe ist das so ihr Kollege und sie denkt so, nee, nicht an unserer Schule. Belästigung, ich will jetzt einfach mal, ich habe keine Zahl oder so, aber safe passiert das an jeder Schule. Auch unter Schülern, auch mit Lehrern und damit meine ich eben Belästigung, die nicht direkt dieses so krasses Übergriff ist oder so, sondern eben auch Kommentare oder Dinge einfach, wo man merkt, meine Grenze wurde gerade überschritten. Ich wurde nicht gefragt, ob ich das will. Und es gibt einfach viele Gründe, warum es total wichtig ist, dass du daraus Konsequenzen ziehst und es eben nicht dann am Ende in dich hineinfrisst. Das geht schon bei dir selbst los, weil wenn man so eine Nummer erlebt, dann ist das glaube ich einfach nicht gesund, das einfach in sich hineinzufressen. Was dir zwar dein Surrounding irgendwie sagt, bloß nicht darüber reden und irgendwie, das ist doch, oh Gott, oh Gott. Aber mit diesen Spätfolgen zu leben, stelle ich mir super schwierig vor. Von daher allein wegen sich selbst sollte man irgendwie einen Schritt wagen und sich jemandem anvertrauen, der dann im besten Fall auch wirklich einem hilft. Genau, denn das ist das Ding. An Stelle Nummer eins sage ich immer, schützt euch selbst. Also an erster Stelle darf man selbst stehen. Erstmal zu gucken, bin ich in Sicherheit. Kann ich mich Menschen anvertrauen, wo ich ganz klar weiß, die haben, die haben meinen Rücken. Die stärken mich, da fühle ich mich sicher und die helfen mir erstmal für den Moment einfach, dass ich mich ausheulen darf, dass ich sagen kann, dass ich Angst habe, zurück in die Schule zu gehen. Und die dann auch dabei helfen können, zum Beispiel, wenn das Freundinnen sind in der Klasse oder aber auch, wenn das Eltern sind, dann auch weiterzugehen und sich anderen Lehrern erstmal anzuvertrauen oder auch, und das dürft ihr, direkt zum Schulleiter gehen. Ja, auch, weil er in der Frage auch steckte, ich habe Angst, dass das wieder passiert. Ja. Weil ja, davon ist ja fast auszugehen, dass jemand, der sowas macht, das auch wieder macht und diese Situation ja auch ausnutzt. Also dieses Lehrer-Schüler-innen- oder Schüler-Verhältnis ist ja auch so ein Machtverhältnis. Ja, voll. Und ich glaube, gerade in solchen Umständen passiert das dann häufig und dem muss man auf jeden Fall ganz dringend begegnen. Ich bin über eine krasse Zahl gestolpert, als ich so ein bisschen da gelesen habe, dass fast 60 Prozent aller Frauen in der Umfrage gesagt haben, sexuelle Belästigung, ja, habe ich schon erlebt. Und ich würde auch sagen, wenn wir da zum Beispiel nicht mehr so einen Begriff wie Belästigung benutzen, sondern zum Beispiel Grenzüberschreitung, dass das alle Menschen betrifft. Und dass aber besonders Frauen in der Gesellschaft und Mädchen sind, wo häufig halt so Macht, wie du es auch eben total gut beschrieben hast, halt ausgenutzt wird. Weil aber uns allen nicht richtig beigebracht wurde, was Grenzen eigentlich bedeutet. Und das Grenzen auch bedeutet, zum Beispiel als Kind so in die Wange gekniffen zu werden oder gekitzelt zu werden. Ich habe das gehasst. Vielleicht meint der das nicht so, aber es zeugt ja schon davon, dass irgendwas komisch läuft, weil ich käme ja jetzt auch nicht auf die Idee, das bei dir zu machen. Und es zeigt ja schon dieses Machtverhältnis, dass das wahrscheinlich irgendwie Grund dafür ist. Ja, und dass Belästigung in allen und zur Grenzüberschreitung, wenn man es lieber so nennen mag, überall vorkommt. In der Schule wird es vorkommen, in meinem Leben ist es auch später noch vorgekommen. Also so diese Berührungen extra im Club bei jemandem, der einfach an einem vorbeigegangen ist. Berührungen in den Schritt oder auf den Busen oder so, von denen man nicht gefragt hat. Und auch Menschen, denen man vertraut hat. Freunde oder Leute, die man gedatet hat, der eigene Freund vielleicht, die nicht gefragt haben, willst du das gerade, was ich mache? Und dieser Lehrer hat erst recht anscheinend nicht gefragt. Der hat sich dieses Recht einfach rausgenommen. Und du darfst dir sicher sein, dass du mit dieser Info, was dir passiert ist, jede Folge, jede Konsequenz ziehen darfst, die sich für dich erstmal wohl anfühlt. Und Leute mit ins Boot holen und dann darf diese Info auch zu dem Direktor gehen, weil dieser Lehrer wird das nicht nur bei dir gemacht haben. Und du bist auch mit dieser Erfahrung nicht allein. So passiert uns allen. Ja, auf keinen Fall. Du bist nicht schuld daran, dass er das gemacht hat. Das ist sein Problem. Dummerweise auch das Problem all derer, die er irgendwie belästigt. Also was wir festhalten können, auf jeden, jeden Fall Leuten anvertrauen, denen man vertrauen kann. Das ist jetzt in dem Fall irgendwie echt schiefgelaufen. Mit dieser Kunstlehre. Ich nehme an, dass du irgendwie erwartet hast, da mehr Verständnis zu bekommen. Mega kacke, dass es nicht geklappt hat. Zur Familie gehen, ne? Ja. Und dann... Auch mit Freunden oder mit anderen Leuten in der Klasse oder so über sowas reden. Weil diese Leute werden sich finden. Und wenn man sich selbst traut, darüber zu sprechen, zum Beispiel im Klassenverband, wenn der so eng ist, manche trauen sich das auch nicht, kann ich auch voll verstehen, dann wird es da wahrscheinlich auch andere geben, die sagen, boah, ja, mich hat der auch mal weird angeguckt. Oder mir ist sowas auch passiert und ich hätte mich das jetzt nicht getraut, so wie du zu sein. Ja. Es gibt natürlich die Fälle, dass man vielleicht auch im Umfeld niemanden hat, wo man sich anvertrauen kann. Es gibt ein Hilfetelefon in Sachen sexuelle Belästigung. Wenn jemand das erlebt hat, kann er sich da melden. Und die Nummer haben wir hier im Beschreibungstext verlinkt. Vielen Dank, Maria. Gerne. Wir haben dir außerdem hier unten im Beschreibungstext auch noch andere Kontakte und Seiten genannt, wo du dich hinwenden kannst, wenn du eben niemanden hast in deinem direkten Umfeld. Aber sowas erlebst und nicht weißt, wie jetzt weiter. Die Leute da wissen, wie weiter. Wir haben hier mit Hannah gesprochen, unserer Psychologin im Team, darüber, was hinter dieser ganzen Nummer sexueller Belästigung steckt. Und hier geht es zu einem Video von TrueDoku und erzählt von zwei Frauen, die sich gegen sexuelle Belästigung stellen, die den Kampf aufgenommen haben mit einem Instagram-Account.